Orlen Gas GmbH Orlen Gas GmbH ist das größte polnische Unternehmen, das seit 1995 auf dem LPG-Markt tätig ist. Orlen Gas setzt schon seit einigen Jahren LPG-Projekte um, die bei technologischen Prozessen in der Industrie und Landwirtschaft verwendet werden. Es verfügt über eine der größten LPG-Industrieanlagen in Polen. Orlen Gas ist ein LPG-Versorger für viele Unternehmen, unter anderem aus der Automobil-, Lebensmittel-, Militär- und Möbelindustrie. Das Liefersystem von Orlen Gas basiert auf seinen eigenen Versorgungsquellen, von denen aus der Vertrieb von LPG für Kunden aus ganz Polen, auch für Kunden unter anderem aus Deutschland, Tschechien, Ungarn und der Slowakei erfolgt. Im Jahr 2011 betrug der Orlen Gas Anteil am polnischen LPG-Markt 28,2 Prozent.